Ich finde es immer ein bisschen merkwürdig, wenn man in Duisburg wohnt und Bayern München-Fan ist, verstehe ich nicht. Man sollte Fan seiner Stadt sein. Ja, wir leiden natürlich viel als Duisburger, so ist das. Im Moment vielleicht ganz besonders, aber irgendwie haben wir es ja auch immer wieder geschafft. Das ist das Schöne daran. Ja, nur mit mir lösen wir den Fall. Wer anderes als ich könnte diesen Fall lösen? Ich hoffe, dass wir nach dem Spiel wissen, Bielefeld gibt es nicht, weil wir hauen die nämlich weg. Mein Tipp für das Spiel ist 3 zu 1, weil ich einfach denke, wir müssen jetzt nochmal richtig Gas geben. Wir werden Gas geben und dann werden wir auf die Klasse halten.